Oje, 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 oje. Ah! Die gigantische Eistüte mal wieder. Den haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Okay, gehen wir erst an. Wir haben ihn schon mal besiegt. Da werden wir das diesmal doch auch schaffen. Oh Gott, das Licht, das Licht! Ich will nicht wissen, was passiert, wenn das Licht uns berührt. Äh. Äh. Okay. Das ist ja auch wie im Knast hier, so Ausbruchsversuch. Oh oh, oh oh, oh oh, schnell weg. Ui. Äh. Äh. Hier, spielt im Regen, Jungs und Mädels. Scheiße, jetzt haben sie uns gesehen, jetzt haben sie uns gesehen. Das hat gesessen. Hier. 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 Esкloriert wieder alles. aquiие seven. Hier. So. Hier. Hier. hier schon hier nein nein ich bin nicht da ich bin ich da das hast du die nur eingebildet wunderbar diese bayblades machen anscheinend richtig krass schaden an dem ding schnell sagt man dagegen gefeuert wir kriegen das sind wir kriegen das in leute ich habe noch nie diese surfschienen hier aktiviert möchte jetzt auch ehrlich gesagt nicht so experimentierfreudig sein ich möchte das ding hier einfach nur zerstören hier spiel spiel damit ja genau ja genau ja genau rast du aus raste doch völlig aus wo ist die schwachstelle wo ist die schwachstelle auch die ist da hinten wir haben etage 20 geschafft und nen spinnschlüssel erhalten sehr schön perla nummer acht ihr zwei wart gerade sowas von cool nächster punkt auf der to do liste ordnung einheizen und marinas heiß geliebtes mimoversum zurückerobern dann sollte all das kämpfen ein ende haben wird ja auch langsam zeit so wir sind hier bei splatoon hier wird ständig gekämpft so lenkwirkung es scheint mal ich würde noch vermuten 40 etagen geben von unserer palette her da dürfen wir jetzt erst so die hälfte geschafft haben holy smokes wer weiß was uns jetzt aber alter das sieht ja schon wieder richtig krass aus hier was die feine auf dieser etage sind extra fies auch nö aber dafür sieht es hier extra hübsch aus ok surfschienen let's go ich sehe schon ich sehe schon ihr könnt aufhören ihr könnt weggehen die sind alle auf einen haufen alle auf einmal weg sprengen das wäre schon geil einer ist der freise kommt er ist auch da kommt schon die nächste meute scheiße die scheiße wir wollen uns einkesseln scheiße ach du scheiße was ist hier los scheiße ach du scheiße was ist da los 2 2 3 2 alter noch eins wir werden das safe wieder nicht schaffen ich habe nur noch ein leben und wenn ich mit meiner vermutung richtig liege haben wir gerade mal die hälfte des turms geschafft aber ich denke mal dass der fortschritt hier gespeichert wird heißt wenn ich genug perlen habe kann ich dann hier an diese etage wieder zurückkehren wie sieht es denn hier aus richtig crazy was ich kann hier keine tinte liegen die scheiße ist das denn aber hier hier kann ich geht weg geht weg lasst mich doch einfach alle in ruhe ist die andere stadt die ist da drüben ist darüber kommt doch die ganze meute hier entgegen ist klar kugel wo ist die kugel wo ist die kugel nein 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 ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich bin beziehung zum sterben da ist die kugel da ist die kugel wie die idee wie die hierher gekommen ist aber egal schwing dein arsch dahin ist klar aber wenn wir hier fertig sind dann erwarte ich aber dass wir richtig viele perlen kriegen und alter kraft kraft chips sättigung klecks kraft joh explosions kraft joh schallkraft joh klecks rate schaden wach joh raste doch völlig aus folgen voll die erdbeer creme hier voll lecker okay ihr schweine was der turm ach gott ich muss ihn einmal rundherum hier so umher schicken oder was so eine rüstung dankeschön alter wie viel schaden wir machen das ist ja wahnsinn scheiß checkpoint ja genau ja alter hat er mich einfach runter gekickt die sau hilf mir aufpassen dass hinter mir nicht noch irgendwas kommt ich glaube ich muss runter keine andere wahl da kommen sie schon wieder weg 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 das ist crazy shit yeah kommen die auch noch mir entgegen die ja genau Ich muss an Höhe gewinnen. Wo ist der Turm? Wo ist er? Ach, da oben. Du piss dich mal, Junge. Hier, Regen. Let's go. Gibt mir das Gute? Eher eine Rüstung. Geh weg. Mag euch alle nicht. Wir haben es gleich geschafft. Komm, komm, komm. Wir haben es doch gleich. Oh, ich gebe zu, das war eine coole Stage. Alter. Kreuzfeuer. Oh nein, bitte nicht. Ich habe keine Lust ins Kreuzfeuer zu geraten. Das ist schon wieder die Stage, auf der ich nicht immer Tinte machen kann. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich hier die Container erstmal zerstöre. Ein paar Goodies hier hole. Hier, spielt damit. Nummer 1. Die anderen Stinker, da sind sie. Nummer 2. Ach, verdammt. Und Nummer 3. Oh, Automaten-Ecke. Oder Reichweite Hauptwaffe. Das wäre auch nicht schlecht. Komm, gib mir das. Alter, die Reichweite, was zur Hölle. Das ist ja mal geil. Wenn ich mal so eine Reichweite auf YouTube hätte. Ach, goddammit. Der ist drin. Jetzt muss ich nur gucken, wo sind die anderen Kugeln. Hier, spielt im Regen. Plupp. Sehr gut. Äh. Äh. Wohin? Da unten. Yes. Puh. Hey, Nummer 8. Läuft doch ganz gut, der Durchgang, oder? Wir haben's ziemlich weit rauf geschafft. Ja, jetzt provozier's nicht, Perla. Stimmt, wir sind fast in der obersten Etage. Jawohl, nur noch die Sache hier, eintüten. Dann geht's wieder ab auf Welt-Tournee. Ihr heißt Tentacool, stimmt's? Hoffentlich ist die Sache ja bald über die Bühne, damit ich euch mal auf einer sehen kann. Unsere Show ist das Schärfste. Aber lies vorher das Kleingedruckte. Denn bei Fanfieber übernehmen wir definitiv keine Haftung. Ein paar Tourkonzerte stehen noch aus. Du und Nummer 8, ihr seid beide herzlich eingeladen. Recht schönen Dank. Muss ich doch für etwa fliegen? Ich hab noch nie in einem Flugzeug gesessen. Bei einer Welt-Tournee kann das gut sein. Was heißt das? Schwierigkeiten da oben rechts, Gefahr. Ich will's ehrlich gesagt nicht rausfinden. Da hab ich keinen Bock drauf. Ob wir's bis zum nächsten Boss schaffen werden? Alter, voll die, alter, voll die riesigen Turbinen hier. Die möchte ich nicht reingeraten, sonst ende ich noch als Tintenfischringe. Weil ich ja eher ein Oktopus bin. Ich bin nur ein Oktoling. Ein süßer, kleiner Oktoling. Alter, das ist richtig geil mit der Reichweite dann hier auch noch. Oh, aber ihr seid definitiv nicht geil. Oh, jetzt wird's dann doch aber schon ein bisschen hektisch hier. Sehr hektisch. Oh, Jungs und Mädels, Fapp, pisst euch doch mal. Hab ich keine Zimtel mehr. Scheiße. Äh, ja, sehr gut. Schön, gib her. Hier, komischen Kackviecher, ey. Was ist denn hier schon wieder los? Das war dämlich, das war dämlich, das war dämlich. Das war mehr als dämlich. Oh, schnell regenerier dich doch, Mädel. Boah, das war nice. Das war nice. Das war mega nice. Ich wollte schon sagen, ey, kann sich das Scheißfeld mal wieder hier zu uns färben? Kacke. 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 Warum der Spacko hier? Diesen Scheiß-Timpenklecks da auf dem Kopf. Timpenklecks war mit Timpentüte. I don't know, wie das Vieh heißt. Ist mir auch scheißegal. Schaut wieder die Tinte aus, ey, oder? Pratsch. Kann nur wieder zu dämlich. Scheiß Beyblade. Hier, spielt damit. Okay, das war wieder dämlich von mir, oder? Oder? Tada! Aber komm, es war nur noch eins. Boah, geht doch. Oh, Automateneckel. Let's go. Oh, Versuch regenerieren. Gib her. Und nochmal. Gib her. Alter, wir haben wieder drei Leben. Wir haben wieder drei Leben, Leute. Ist doch geil. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Aber nur ein bisschen. Okay. 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 just